Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Köln, zu meinem ersten Kochturnier. Es werden heute Max und PumpinMonkey gegeneinander antreten. Ziel von diesem Turnier ist es, den besten Koch auf YouTube zu finden. So, und PumpinMonkey hört sich erstmal an, so jeder kennt ihn nur aus bestimmten Videos. Aber dann hättest du dich. Andere haben fettige Haare, sie haben Becken in den Haaren. Bist du frech? Was bist du frech? Er hat mich schon überzeugt, dass er das kann. Ich hoffe, er enttäuscht nicht. Und wer Max natürlich, der absolut bekannt ist dafür, dass er richtig reinknallt. Ich hab den beiden Brief geschrieben. Und wir gucken jetzt mal, wie die beiden auf meinen Brief reagieren. Lieber Max. Lieber PumpinMonkey. Ich freue mich sehr, dass du die Herausforderung annimmst und mir bei meiner Mission hilfst, den besten Koch auf YouTube zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das claimen würde. Boah, yo. Ihr habt gleich macht's alleine oder so, oder? Wenn du hier und heute versagen, gibt es kein Zurück. Du wirst raus und das Turnier wäre für dich endgültig vorbei. Das ist harter Tobak. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben bei allem, was mich hier heute erwarten wird. Oh, das ist wunderschön. Ey, du bist so sexy, Junge. Ich schwör's dir. Oh mein Gott. Ich hab jetzt schon gewonnen. Guck euch dieses Bild an, das ich hier bekommen habe. Du bist schon cringe, Bruder. Aber sexy, muss ich sagen. Echt sexy. Sehr sexy. Brad Pitt kann einfach. Sorge bitte dafür, dass du ausreichend Koch-Equipment im Haus hast. Das hab ich. Ich hab hier die schönste Küche. Einmal bitte rum. Auch das der Beste gewinnt. Ich bin ready für alles, was kommt. Okay, let's go. Bevor wir starten, hier die Regeln im Schnelldurchlauf. Die beiden haben nur 15 Euro zum Einkaufen. Sie dürfen nicht mehr ausgeben. Das Gericht darf nicht länger als 30 Minuten dauern. Dann ist vorbei. Öl, Gewürze sowie Wasser dürfen frei von zu Hause benutzt werden, genauso wie deren Equipment. Außerdem ist es verboten, ab jetzt das Handy zu zücken. Das heißt, Rezept raussuchen und einfach ablesen und nachkochen ist nicht. Und das war mein Ziel. Wir sollten kreativ werden und mit dem arbeiten, was sie bisher an Kochskills sich angeeignet haben. Marsch-Dollar-Holle. Volles Pop-Money. Da haben wir Ponis da drin. Das waren mehrere. Das ist ja alles grün, Alter. Wie du Meister-Yoda. Was hast du? 15 Euro. Weil es so ein Sommertag ist, war mein Gedanke gerade vielleicht so was wie so gepimpte Spaghetti Aglio Olio. So mit ein bisschen Zitrone noch dran, mit Gambas, schöne frische Kräuter. Das wäre eine Idee. Ich brauche Chilis, Eizzitrone, frischen Knoblauch, Petersilie. Das liebe ich ja, ne? Im türkischen Supermarkt. Ein schöner, bunt. Die kosten sonst 8 Euro, wenn du die für einen Pfarrer kaufst. Das ist gerade mein Struggle. Es gibt hier kein Parmesan. Dementsprechend habe ich hier gerade einen Hartkäse, einen türkischen in der Hand. Also ich muss jetzt gucken, ob ich mir den Käse noch leisten kann. Im Hinblick darauf, dass ich ja noch Vanillen kaufen muss. Ich muss den Käse weg tun. Was ich jetzt sehr interessant finde, beim normalen Gericht, wenn ich jetzt auch Nudeln gemacht hätte, hätte ich natürlich auch safe einen Käse mit reingemacht. Das fällt jetzt weg. Du musst überzeugen, ohne den Käsebonus. Ich sag dir, was meine Überlegung war. Ganz einfach. Und zwar haben wir ja Meeresfrüchte. Ich glaube, da wird traditionell in Italien sowieso nicht mit Käse noch mal drüber gearbeitet. Weshalb ich das Ganze verzeihen kann. Das stimmt. Das wäre vielleicht nicht die beste Kombi, ja. So Max, du bist fertig mit deinem Einkauf. Bist du zufrieden? Bin ich, weil es eine Punktlandung geworden ist. Was hast du noch genau? Leg mal auf den Tisch. Gebe ich dir sofort wieder, Papa. Das war eine Punktlandung. Wir schauen mal, was der Pumpkinmonkey jetzt noch gemacht hat. Wie der so seinen Einkauf kreiert hat. Oh, gut scheint. Gibt es random für einen Kommentar von euch. Gerne alle Anregungen, ob ich es geil fand. Scheiße, Verbesserungen. Gerne rein in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum guten Vati. Vati, grüß dich erstmal. Grüß dich, Bro. Ich weiß gar nicht, dass du so groß bist. Ja, ja, ja. Das denken die meisten. Wie groß bist du? 1,89. Habe ich so eine Ausstrahlung, Leute. Seid mir ehrlich, dass ich immer so klein wirke. Alle sagen das nämlich zu mir. Ich habe dein Foto ja gezeigt. Stabil, ne? Ich wusste nicht, dass du so ein Body hast. Das geht durch. Du bist bei ZEK Plus? Ja. Und wie findest du es? ZEK Plus ist heftig, Mann. Heftig. Könnt ihr euch vielleicht merken, Holle10 ist der Code 10% Rabatt. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Ich weiß nicht, ob ich kochen kann. Also ich kann schon kochen. Sag mal so, ich bin nicht der Beste, aber ich glaube, es gibt keinen besseren. Ja, das hast du gut gesagt. Okay, die, pass auf. Wir wollen gleich mal loslegen. Dann mache ich auf jeden Fall einen Avocadosalat. Ich brauche euch einen Insider-Tipp. Den Stängel, wenn man den eindrücken kann da rein, dann sind sie eigentlich perfekt reif. Was hast du jetzt gesagt, ehrlich? Was hast du gesagt, Fati? Ich habe gesagt, nicht für 2,3 Euro Hackfleisch. Die denken alle, du bist arm, Fati. Ja, Mann. 1.500 Euro. Die pisse. Ich weiß, wer deine Mutter hat. Meine Fahrerin, du Sohn. 10,60 haben wir drin. Schafski, sie kommt noch dazu von Fati. Dann ist er genau bei 15 Euro. 30 Cent willst du die zurück? Ne, die sind für dich Bonus. Dann wollen wir gar nicht lang schnacken. Wir switchen nochmal rüber zu Max. So, und zurück zum guten Max. Komm, was können wir loslegen? Drück doch selber auf den Start-Button. Machen wir mal kurz einen Prozess. Los jetzt. So, zum allerersten Mal werde ich jetzt mein Wasser aufsetzen. Ich weiß, ich habe noch Zeit, aber wenn es auf Temperatur ist, kann es mir keine Probleme bereiten. Weshalb, zack. Nächste Sache, die ich vorbereite. Draußen auf dem Grill werde ich die Garnelen auf der Plansche schön durchbraten. Okay. Das ist immer eine gute Idee. Ein bisschen Grillaroma. Der Grill hat einen schönen Partner. Richtig, natürlich. Gut salzen die nun. Das Wasser muss so salzig sein wie das Meer. Ja, genau. Sag mal, Max, warum hast du dich jetzt für das Gericht entschieden? Du hättest ja auch unendlich andere Sachen machen können. Boah, zum einen ist es mir super schwer gefallen, mir etwas zu überlegen, was ich überhaupt mache. Sag ich dir ganz ehrlich. Deshalb habe ich etwas gemacht, worauf ich einfach Bock hatte. Ich habe die Zitronen gesehen und dachte mir so, boah, jetzt so einen schönen Spaghetti Aglio Olio. Das wäre auf jeden Fall was Feines. Eine ganz angenehme Schärfe. Ich würde mal testen, ja. Also voll. Das ist ja gar nicht schlimm. Also ich finde dich schon scharf. Ich glaube ich kriege gleich Schock auf. Ich habe die gerade gegessen, ich habe nichts gemerkt. Dann hast du vielleicht ein anderes Stück gegessen. Ich habe keinen Kern. Ich habe gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat jemand random bei Twitch reingeschrieben, letztens als ich live war. Da meint jemand zu mir. Ich habe auch gesagt, die Kerne sind ja vorne und nicht drin. Weißt du was du meinst? Die sagen, dass das an den Schleim häuten. Ja genau. Nur die weißen Fäden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mal einschreiben in die Kommentare, was ihr sagt. Also ich will dich nicht beeinflussten. Jetzt geht es. Also ich habe es gestoppt wie ein Mann. Dann sehen wir uns gleich bei Maximilian. Zurück bei Fatih. Wir haben gesehen, was er eingekauft hat. Recht basic. Die Schafskäsegeschichte. Ei, Hack. Meine Prognose ist nur, da wird jetzt was effektives, simples kommen. Und das werden wir jetzt sehen. Bist du siegessicher? Ja, safe. Ja, ja. Das klang nicht so überzeugend. Viele Leute denken vielleicht wegen diesen ganzen Assi-Videos, ne? Assi-Videos, die stecken einen ja schnell in die Schiene. Aber du bist überhaupt nicht so unterwegs, ne? Du bist eher, so wie ich dich kennengelernt habe, völlig zu vorkommender netter Typ so, ne? Ich auch auf jeden Fall. Früher gab es diese Shows, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Arabella, Britt, Oliver Geisenshow, wo die Assis reingekommen sind. Ja, ja, klar. Ich finde sowas hat halt gefehlt. Sehr polarisierend. Da sind ja sehr viele, sag ich mal, Assis in dem Sinne, wo man sagt so, oh, was ist aus der Jugend geworden, ne? Aber das heißt ja nicht, dass du so bist. Nein, nein. Und viele, viele denken ja auch, dass alles gespielt ist. Also, ich würd mal gerne, dass er mal dazu kommt und sich das Ganze mal live anguckt. Boah, das wär heftig, man. Das wird Kulturschock-Deluxe. Also, ich verlinke auch den Fadi hinten. Das ist Pumpe Monkey, der Kanal heißt. Da verlinke ich natürlich auch drin. Gerne rumschauen. Gerne. Und jetzt fangen wir mal an zu kochen, Fadi. Die Zeit läuft. Willst du uns verraten, was ist dein Plan jetzt? Hau mal raus. Was ist dein Plan? Jetzt müsst ihr das wissen. Ich würd hier Männermann machen. Eier. Einen gesunden Salat. Ich sag dir, wenn ich hier mache, den wirst du auf jeden Fall danach auch alleine zu Hause machen. Woher hast du das Rezept? Ich sag dir ehrlich, ich hab's von Sonja. Ehrlich? Geil. In meinem Block sind Paras geschoben. 14. Schock legst noch auf den Boden. Ich bin ehrlich, Fadi, ich hab vorher gedacht, und was ganz Simples, damit überrascht du mich jetzt zum Beispiel, mit der Guacamole, hätte ich nicht mit gerechnet. Props an dich. Nee, hätte ich nicht gedacht. Noch nie jemand so eine Gurkestein sieht, Fadi. Ehrlich nicht. Ein paar Kerne drin, aber egal. Wenn ich auf die rauf weise, hoffentlich nicht. Also das ist schon mal fertig, sagst du Fadi, ja? Ja. Geil. Fadi ist gut in der Zeit. Siebeneinhalb Minuten hat er noch. Jetzt muss nur noch der Schafsker saßen rufen. So Leute, wir werden einmal rüber switchen zu Max. Wir sehen uns gleich wieder bei Fadi. Kurz zurück bei Max. 3 Minuten habe ich schon, ne? Ja. Ich guck mal kurz, dass mein Grill auch wie er soll funktioniert. Ja. Dann gehen wir auch hier mal mit ein bisschen Bliebenhöhe ran. Und packen einfach auf die Scampi. Auf die Flansche. Ich lege sie jetzt mal hoch. Ich habe den Grill ausgemacht und ziehe sie dann mit der Rest. Dann klebst du einfach gar. Dann bleiben die auch warm, ein bisschen zu schluss sind, aber nicht zu heiß zu essen. Das Nudelwasser kocht. Wir nehmen jetzt mal so 3 Fünftel der Packung. Ich will nicht zu viel haben, weil ich nicht will, dass das Ganze in der Pfanne dann zu viel ist. Aber ich nehme ja schon mal ein bisschen hier von unserer Petersilie und schneide die einfach mal ein bisschen runter. Wenn das jetzt so viel was schiefgehen kann, alleine, dass die nicht al dente sind. Irgendwie völlig zerkocht, zu hart. Ich denke, wenn dann eher zu hart, wenn die jetzt nicht in die Frau ergibt, dann das zu scharf. Die Dinger komplett durch. Also da kann viel schief gehen. Wenn genau jemand in der Pizzeria Pizza Margherita bestellt, um zu beurteilen, wie gut die ist, finde ich, ist Aglio Olio auch so ein gutes Benchmark-Gericht. Ja. Da kannst du halt auch auf kleinem Raum viel richtig viel falsch machen. Okay, ich hole schon mal meine Skampi rein. Jetzt switch noch einmal zu Pampe Monkey rüber, gucken wie der sich schlägt und dann gehen wir rüber zu Max wieder. Und zurück bei Fatih. Du hast noch 3 Minuten 10. So, Essen steht bereit. Also wenn du willst, dass ich esse, es wird ja auch kalt, musst du sagen, dann mach ich auf Stopp, dann darfst du aber nichts mehr fein lassen. Okay, dann leg ich los. Fass wir das mal zusammen. Du weißt ja, ich bin auch Feinschmecker, ich gehe in wirkliche Nobel-Restaurants essen und so weiter. Das hat natürlich erstmal nichts mit Raffinesse zu tun. Ja, auf jeden Fall. Aber Ziel ist einfach ein Gericht zu machen, was geil schmeckt. Ich gehe von aus, es wird schmecken, weil das ist so ein Ding, das hat jeder schon zu Hause. Tagfleisch, Eier, Tomaten, Schafskäse, Guacamole. Diese Raffinesse, diese Ausgekrügeltheit im Gericht, das bewerte ich natürlich auch irgendwo, weil das macht es für mich auch zum Erlebnis und letztlich zum Geschmackserlebnis. Das wird mitbewertet. Aber gucken wir erstmal hier. Wir hauen rein, Fadi. Ich bin gespannt. Ich finde das ein vernünftiges Essen. Eierschale erstmal drauf gewissen. Echt jetzt? Eigentlich stimmt. Leichte Schärfe drin, angenehmer Salzgehalt. Dann nimmst du noch Käse dazu. Das nimmt man auch noch dazu? Genau. Weißt du? Genau dieser Kombi jetzt. Ah, okay. Das ist es. Yeah. 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 Also Leute, alle fünfe gerade sein lassen, aber das ist ein leckeres Essen. Ja, ne? Wir schauen mal rüber zu Max, switchen da noch mal, dann sind wir wieder hier. Und zurück bei Max. So. Wie viel Zeit ist auf dem Timer? Du hast noch vier Minuten. Hier mein Nudeltimer, meine ich. Ach so. Ach so. Wie viel Zeit ist auf dem Timer? Welcher Timer? Hör auf rein zu nehmen. Ach so. Wie viel Zeit ist auf dem Timer? Verbindungsfehler. Timer kackt ab neue. Timer komplett abgekackt bei Max. Na dann. Ist eigentlich schon langsam Zeit für die große Hochzeit. Dann geben wir die Nudeln dazu. Bewusst mit noch jetzt Nudelwasser mit dabei. Mit ein bisschen Nudelwasser, ganz genau. Ich bin schon jetzt sehr zufrieden mit der Farbe, die wir hier haben. Ja. Aber ich muss mich dran halten. So. Ein wenig Zitrone dran. Ich mach das hier in meine Hand, dass keine Kerne mit reinkommen. Na. Einen Kern haben wir doch verloren. Den lass ich mir nicht meine Punkte kosten. Das wäre hart. So. Und dann gehen wir noch mit ein bisschen Zitronenzeste ran. Boah. Da hätte ich so Angst, dass es jetzt die Zitrone nicht wird. Aber Max weiß, was er macht. Dann geben wir dir eins, zwei, drei. Gehen wir dran. Zehn Sekunden. Elf Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Stopp. Alter. Ist vorbei. Ich könnte jetzt reingehen in den Geschmack. Let's go. Was sagst du zur Schärfe? Schärfe ist in Ordnung. Wir müssen safe nochmal nachsalzen eigentlich. Darf ich das? Jetzt leider nicht mehr. Okay. Wichtig natürlich. Gut salzen. Die Ärger haben mich gerade voll. Ich bin bei hier mit ordentlich Salz und es schmeckt doppelt so gut direkt. Ganz neutral gesagt Leute, natürlich fehlt das Salz, das kickt sie nicht rein. Das tut mir auch leid für Max, weil das kann das beste Gericht, holt das beste Steak, holt euch den besten Döner der Welt in Wien. Aber wenn ein Pferd das Salz am Fleisch vergessen hat, dann wird auch der nicht schmecken. Ist ein bisschen unlangbar. Wir gehen zur finalen Bewertung. Ich fand die Scamp ist mittelmäßig. Salz hast du leider auch vergessen. Ja. Das ist nicht mehr als vier Punkte heute tatsächlich. Vier von zehn Punkten. Finde ich fein. Aber so ist es. Manchmal gewöhnt man, manchmal verliert man. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht. Vielleicht habe ich ja Glück und Pumping Monkey scheiß auf ganzer Linie rein. Ich weiß auch noch nicht. Danke fürs dabei sein. Danke dir auch. Ich hoffe du bist jetzt nicht zu enttäuscht. Ich bin doch dir ehrlich. Irgendwann kommst du noch mal ohne Kamera, dann mache ich dir das so wie es sein soll. Und dann fetzt das richtig. Sehr gerne. Danke Max, wir switchen rüber zu Pumping Monkey und gerne natürlich bei Max den Kanal auch noch abonnieren. Und zurück bei Fadi. Du hast ja richtig aufgetischt. Drei Sachen, die man für sich einzeln quasi. Hier eine kleine Vorspeise kann man auch sagen. Kleiner Salat. Leckerer Salat. Und ganz ehrlich, den würde ich mir so auch machen. Ja, hatte ich recht, oder? Den Salat, ich sag dir, den ich hier mache, den wirst du auf jeden Fall danach auch allein zu Hause machen. Den würde ich mir so auch machen. Der ist crazy. Crops und Sonja. Crops und Sonja. Ich tue mir schwer mit der Bewertung, sag ich dir ehrlich. Für mich ist es ein simples Gericht, was du vernünftig hingekriegt hast. Es war lecker für mich. Und du kriegst von mir. 5 von 10 Punkten. Du hast gewonnen. Max hat eingeschissen. Er hat 4 von 10 Punkten gehabt. Danke Fadi fürs Dabeisein. Ich danke dir auch. Denk dran, Fadi abonnieren. Hinten wird sein Kanal angehängt. Würde mich freuen. Zumindest mal vorbeischauen. Lustige Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.